Felix von S21BAU TV. Die Sonne lacht über BA23. Die Betonage der Aufkantung hat begonnen und ist schon fast abgeschlossen. Dementsprechend wird hier bald der Haken dran gemacht. Den Jungs fehlt nur noch ein kleines Stück und dann sieht es hier aus wie geleckt. Das soll es mal gewesen sein von einem Kurzupdate. Wir haben jetzt ungefähr viertel nach zwölf. Ich denke mal alle spätestens bis um ein Uhr ist die Pampe geflossen und an Ort und Stelle. Dann bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und vorab an alle. Leicht verfrüht, aber trotz alledem vorab schon ein schönes Wochenende. Ciao.